Bevor das Video losgeht, noch eine Bitte. Stimmt oben rechts über das ihr über den nächsten Spielmodus ab. Da gibt man sich so viel Mühe für das Video, und dann nur so wenig Abstimmungen. Soll ich liebe Pranks oder Fake-Videos bringen? Hahaha lololroflix.de Also Leute denkt dran abzustimmen und heute abends die neue Folge Trouble in Terrorist Town zu schauen. 18.30 Uhr. Sonst seht ihr eure Eltern nie wieder muhahaha. Scherz. Hey Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Monday. Wir spielen heute Trijump. Ja, Trijump auf dem Bergwerk Lab Server, der ja Gott sei Dank nicht geschlossen wird. Es war ja mal im Gespräch und in Verhandlungen, dass der Bergwerk Lab Server eventuell geschlossen wird. Aufgrund der wenigen Zeit des Server Teams. Aber das hat sich Gott sei Dank gelegt. Ja, der Bergwerk Lab Server wird normal weiterlaufen. Klar werden auch noch ein paar Sachen verbessert werden und so weiter und so fort. Aber die Details, die kenne ich jetzt nicht. Ich bin nicht im Server-Team. Und deswegen, ja, freue ich mich, dass ihr euch für Trijump entschieden habt. Würde mich aber freuen, wenn ein paar mehr Votes vielleicht beim nächsten Mal mit dazu kommen würden, wären sollen. Weil ich glaube, das letzte Video, der letzte Minecraft Monday hatte wieder richtig viele Aufrufe und hatte halt nur so 12 oder 13 Votes. Also da können auch die Leute stimmen, die keinen YouTube-Kanal haben oder mich noch nicht abonniert haben. Macht das gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich freuen. Und ansonsten schauen wir einfach mal. Bin voll die Flasche, wenn es um Jump Run irgendwie geht. Aber bei Jump League irgendwie nicht. Bei Jump League sind die Module auch ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Ah ne, guck mal, jetzt laufe ich auch schon falsch. Ah, hier lang, hier lang, hier lang. Dann denkst du dir, Alter, du bist bei Unit 3 und bist einfach letzter. Guck dir das an. Aber das Beste kommt zum Schluss. Ich muss dusehen, dass ich hier nicht unnötige Punkte verliere, sondern vielleicht mal ein paar gewinne. Aber mit drei Kreuzen an einem Modul geht das leider schlecht. So, jetzt aber. Pass auf, ich hüpfe wie ein junges Reh hier über die Blöcke drüber. Und schon klappt das doch. Mit ein bisschen Hilfe klappt alles. Guckt euch das an, ey. Zwei Fails an einem einfachen Sprung. Das sind zwei Kreuze zu viel. Denken sich auch die AfD-Wähler. Das denken sich auch die Leute, die wahrscheinlich AfD wählen. Mann, ey, ein drittes Kreuz, da bist du doch raus. So wie beim Supertalent oder wie bei DS, 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 DS. So, jetzt ganz ruhig. Auf geht's, Burschen, jetzt. Komm, nochmal Schlussspurt hier ziehen. So. Egal, auch wenn ich das nur mit Hilfe schaffe. Unit 8, immerhin schon. Wie viele Tokens haben wir? 1.550. Ich würde mal als Experte sagen, das reicht nicht. Und der ist eh schon im Ziel. Mein Gott, GG. Jetzt will ich gerade nochmal versuchen. Hätte man hier rauf gemusst? Ne, weiß ich gar nicht, wie ich da zugekommen wäre. Ey, ey, Leute. Ja, der macht mein Intro nach, ist ja dumm. Das ist mein Intro. So, 1.950. Was kaufen wir denn Schönes? Das, 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 das. Und das. Dann ziehen wir uns das hier mal an. Und dann verzaubern wir einfach nochmal ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Geht nicht. Okay, nur 3. Dann können wir uns noch was zu essen holen. Oder können wir... Ne, Bogen können wir uns doch auch noch holen. Ja. Und ein paar Pfeile. Und ein Restessen. Schade, ich wollte Restessen holen. Aber okay. Dann nicht. Und jetzt mal alle in this wood. Ja. Warte, jetzt nochmal kurz aufwärmen. Und los geht's. Ja, das ist immer meine persönliche Vorbereitung. Guck mal, da ist er schon. Ah, der als erster am Ziel war. Natürlich werde ich genau zu ihm gespawnt. Das ist doch eine Scheiße hoch 3, ey. Leck mich doch am Zickertli. Jawohl. Was hat der denn für ein Schwert gehabt? Ich habe auf meinem Schwert Schärfe 3 und Rückstoß 1. Falls euch das was hilft. Guck mal. Schon wieder er. Warum werde ich denn immer in seiner Nähe gespawnt? Das ist doch scheiße. Was macht denn Bergwerk Labs? Ey, weißt du? Da versuchst du mal ein halbwegs gutes Gameplay für dein Minecraft Money aufzunehmen. Und dann drückt dir Bergwerk Labs gleich den besten Spieler immer vor der Nase. Da gibt's doch gar nicht. Also wenn es Messi oder Nehmer wäre, hätte ich da nicht gehen. Aber hier ist der Drummer Lou. Brother Loui, Loui, Loui. Der hat bestimmt mal bei Modern Talking gespielt, Alter. So gut wie der ist. So, ich verpisse mich jetzt erstmal ein bisschen. Ich gucke mal nach Gegnern auf Augenhöhe. Ne, dem gehe ich aus dem Weg. Ah, guck mal. Da ist er noch. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Die Camper-Sau. Alter, zum Glück bin ich im Wasser gelandet. Hä, ist der nicht auch gerade hier runtergegangen? Ach, guck mal. Der Knecht Trubrecht. Na, hast du nichts mehr für ein Weihnachtsmarkt? Jo, ey, und ich war kack gefasst. Ich war kack, weil ich einen scheiß Range hatte. So, da ist auch schon wieder der Knecht. Jo, ey, der fickt mich einfach mit seiner Rüstung. Jawohl, was hat der denn für eine Rüstung gehabt? Ja, Lederrüstung, Lederrüstung. Aber vielleicht hat er ein starkes Schwert gehabt. Hm, weiß ich nicht. Okay, nächste Runde. So, die zweite Runde ist endlich gestartet, nachdem ich in der vorherigen in einer Fail-Runde war. Ich dachte, das geht schon los. Aber das war nur im Spectator-Mode. Und wieder mit der gleichen Endmap. Also, das Bergwerk-Labs-Team hat mir nochmal eine Chance gegeben. Mich nochmal auf der Web China zu beweisen. Und den Run machen wir jetzt auf jeden Fall besser. Sagt er und verkackte bei Chips. Chips is back. We are back in black. Making up the stories as we cover any track. We are back in color when you're home alone. Doch, oh, alter, Drixer. Aspilpin nimmt Abkürzung. Alter, Cheater. Der hackt. Der nimmt Abkürzung. Geht nicht. So, eins, zwei, drei. Ach, wie ein beherztes Reh. Wie Bambi. Und zack, wird's abgeschossen. Eiskalt. Jung, wenn ich sag, du sollst springen, dann springst du. Und dann springt der einfach nicht. Fisch. So. Zack, zack, zack. Hier rum, hier rum. Und Unit 6. Ja, guck dir das an, ey. Der ASP-Express kommt ins Rollen, ey. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Ich bin jetzt einfach 50 Mal gerade ausgesprungen. So, jetzt. Äh, pass auf. Jetzt kürtet. So, das gleiche nochmal. Ist alles kein Problem. Schaut er, das mach ich einfach, ey, ohne hinzugucken. Dann guck ich einfach in die Facecam rein und weiß schon, ja, hier muss ich lang. So, zack, hier hoch. Jo, haben die den so schwer gemacht? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass da mal eine Leiter gewesen ist. Da war sie. Hören sie. So, hier hoch. Oh nein, jetzt muss ich hier immer Leitersprünge machen. Na, das ist ja mein Spezialgebiet. Jetzt auch noch einen Block weiter weg. Jawohl, ey. So, jetzt. Hier rum. Och Mann. Und nächster Sprung. Zack. So, zack. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Und jetzt rein hier in den Nicer Dicer. Alter, das ist mir ein bisschen zu riskant jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Sind die überhaupt Blöcke? Ja, hier scheint Schutz zu sein. Okay, okay. Hier hoch. Ah, super. Ja, das sieht aus wie der Nicer Dicer. Aber richtig nice nachgebaut, muss ich ja sagen. So, wo ist es? Ja, gewonnen. Ey, HSBP hat das Ziel erreicht. Ey, GG. Wie viele Tokens hab ich denn? 2700, da kann man was machen. Ich überleg mir, ob ich ein Eisenschwert hole. Oder bis es eine bessere Rüstung. Naja, wir gucken mal, was sich da aus PLP einkauft. Das, 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 das. Dann hol ich mir... Ach komm, ich hol mir... Ein Eisenschwert. Ja. Komm, ich hol mir mal ein Eisenschwert. Dann verzaube ich statt. Erstmal richtig eiskalt. Eins, zwei... Na, na, komm. Zwei, drei, vier. Fünftes Mal geht leider nicht. Was haben wir drauf? Schärfe vier. Und Rückstoß, ne? Ist das vier oder fünf? Vier. Rückstoß zwei. Mega nice. So, pass auf. Dann hol ich mir jetzt noch einen Bogen. Den verzauber ich nochmal. Geht das? Ne, schade. Hab ich nicht genug Tokens für. Ähm, genau. Wollte ich mir noch ein paar Pfeile holen. Ey, die anderen sind... Die anderen sind alle schon fertig. Ey, warum dat denn? So, zack. Nochmal ein Apple. Jetzt gönne ich mir euch mal. Gyni! Gyni, wo bist du? Gyni, Gyni, Gyni. Komm mal her, hier. Komm mal her, hier. Zu HSPLP, ganz ehrlich. Der hat ein richtig gutes Schwert. Scheiße. Und schon wieder werde ich zu dem geboostet. Guckt euch das an. Ich bin schon wieder beim Besten. Was ist denn das für ein Server heute? Was ist denn da mit dem Server los? Und die anderen sind natürlich Meter weit weg. Oder gefühlt Kilometer weit weg. Ich renne jetzt nochmal weg, weil da sind gleich zwei hinter mir. Ach, guck mal, der hat gar nix. Lol, warum hat denn der gar nix? Warte, Crackass. Lass mich dich einmal downmaken. Komm, komm, komm. Ey, du hast so gute Rüstung, so ein gutes Schwert. Das zieht mir voll viel. Warum zieht mir das so viel? Dieser nice Kills ist da auch schon wieder. Das ist mir doch nicht geheuer hier. Ich renne mal weg. Ich renne mal weg. Mal gucken. Ah, guck mal, der rennt mir hinterher. Sehr nice. Hast du wohl gedacht, du kannst mir entkommen? Jetzt los. Hau drauf da. Ach, Mann. Was ist denn das? Schon wieder scheißrunden. Aber immer nur in der Aufnahme. Immer nur in der Aufnahme. Ich krieg doch wieder das Kotzen. Ich krieg das große Kotzen. Ah, guck mal. Der hat ebenfalls einen Bow, Aldo. Und denkt, der kann sich mit mir aufnehmen. Der trifft mich kein Ernst. Das ist mal viermal, fünfmal. Jetzt krieg ich nicht mal den Kill. Ey, jetzt hab ich den viermal getroffen, was selten bei mir vorkommt. Ah, guck mal, der will hoch. Du willst hoch, oder was, ey? Zack. Down bist du gleich. Down by the... Oh, nein. Anjo. Ey, was hat der für einen Bogen? Rückstoß, Stärke. Na, komm. Ich baue nur noch einen Hit, dann bin ich down. Dann bin ich, äh, completely down, Aldo. So, zack. Einmal getroffen. Der hat voll den extremen Bogen. Ja, ey. Übertreibt doch. Jungs, was ist denn mit euch los? Habt ihr eigentlich keine Hobbys, ey? Wollt ihr mir mein ganzes YouTube-Leben versauen? So, das soll jetzt aber gewesen sein für die heutige Folge. Minecraft Monday ein bisschen Tryjump. Freut euch, dass der Bergwerk-Lab-Server noch weitergeht und wir hoffentlich noch weitere spannende Runden spielen auf dem Server. Ich versuche jetzt auch in nächster Zeit mal wieder Minecraft, äh, unter der Woche zu bringen. Das war, äh, unter anderem ein Wunsch von einem Zuschauer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm, ja, ob ich nicht mal Minecraft auch ein bisschen häufiger unter der Woche bringen könnte, anstatt nur montags. Und ich denke mal, das lässt sich machen. Sofern ich denn Zeit habe und Lust habe, ähm, lässt sich das auf jeden Fall einrichten. Ne? Also, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Stimmt auf jeden Fall für den nächsten Spielmodus ab. Oben rechts geht aufs I. Und dieses Mal bitte mehr als so 12 oder 13 Leute, weil... Bei knapp, äh, 80 Views, da kann ich auch mal erwarten, dass die Hälfte irgendwie mal abstimmt. Auch wenn sie... Kein YouTube-Kanal haben, kann man trotzdem abstimmen. Deswegen, das wäre sehr nice, wenn ihr oben... Mit abstimmen würdet. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, schöne Woche und schöne Ferien. Denn ich hab jetzt Ferien. Ich hab Ferien. Ihr vielleicht auch. Schreibt's mal unten rein. Also, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017